Oh, gleich kommt es ihm ganz wild. Ein alter Mann ist keine Drahtseilbahn. Oh, Gefahr. Äh, wo muss ich hin? Paket. Was ist das? Ach. Pneumatischen Druck wiederherstellen. Oh, den kenne ich, den pneumatischen Druck. Da braucht man schnell Erleichterung. Jetzt geht es in die Höhe. Alles voll. Da ist der pneumatische Druck und da. Okay. Keine Gegner hier. Schnell muss ich auch nicht sein. Einen hätte ich. Oh. Fehlfunktion. Nicht richtig. Komme ich denn da rüber? Oh, Schöße. Ich glaube, ich bin hier falsch. Muss ich wieder rauf? Komme ich denn da rüber? Da vielleicht, ja. Ne, da komme ich ja gerade her. Mann. Wartungskran. Verstehe. Ohne Kran geht hier nichts. Ah, da ist er ja schon. Ich habe mich schon gewundert. Wie soll ich denn da rüberkommen? Au. Hüpf. Ich glaube nicht, dass ich da reinfallen sollte. Äh. Okay. Ich habe auch einen Kran. Nö. Ei, ei, ei. Was jetzt? Fuck. Was ist denn das? Oh, wie soll ich denn da vorbeikommen? Mann. Ich glaube nicht, dass das auf meine Kugeln reagieren wird. Vielleicht doch. Probier's halt. Weil schleichen geht hier auch nicht. Ich hätte mir... Ich hätte mir was von der Jaw aufheben sollen. Ich wäre hier nützlicher wie gegen den läppischen Bot. Es raucht schon. Wisst ihr? Wenn es raucht, kann es auch zerstört werden. Alte Lebensweisheit. Ein Schuss noch. Meine Prognose. Ich könnte mir auch meinen Panzer einschalten und Dauerfeuer geben. Ja, vielleicht eine. Ne, das geht sich mit der Munition nicht aus. Ach so, das ist ja schon... Oh Gott, bin ich doof. Das ist ja schon hinüber. Fuck. Bin ich blöd. Ist hier Munition? Natürlich nicht. Scheiße. Noch ein Geschütz? Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Viel mehr. Ne. Das war's schon. Da ist doch noch ein Geschütz. Was ist das auf meiner Karte? Oh! Das ist nicht gut. Nehm besser den anderen Weg. Da auch. Geiße. Hm. Wie mache ich denn das? Was ist mit dem in der Mitte? Da muss ich hin. Kann ich da nicht raufspringen? Da rauf. Ich glaube nicht. Hacken. Okay. Oh Gott, was ist denn das? Au! Ich glaube, das wäre das Geschütz gewesen. Wieder daneben. Hacken gehört nicht zu meinen Stärken. Mann, gehen wir doch nicht aufs Kreuz. Nochmal. Oh, scheiße. Das geht sich nie aus. Ach, scheiß drauf, Mann. Ich renne jetzt einfach durch. Mir wurscht. Oh. Ist gar nichts passiert. Hahaha. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Ort. Die Visionen. Die Visionen? Uh, welche? Das führt zu Halluzinationen, Déjà-vu-Erlebnissen, falschen Erinnerungen. Gelegentlich sogar zu dissoziativen Identitätsstörungen. Ich bin nicht verrückt. Die Visionen sind Vorhersagen, keine Halluzinationen. Wie Sie meinen, Romeo 1. Machen Sie jetzt einfach weiter. Weiter wie bisher. Wer bin ich denn hier? Wer bin ich denn hier? Scheiße. Mitten von... Cell! Fuck! Ähm... Glaube ich, ich verwende lieber die andere. Oh Gott, ich habe Einzelschuss aktiviert. Wie schalte ich denn das jetzt so schnell um? Schaffe ich nie. Oh. Wie ging das? Ah, jetzt... Ah, sind die doof. Haben die keine Granaten mehr? Der schießt in die falsche Richtung. Das war's. Mach die Bastarde fertig. Danke, Prophet. Danke. Danke. Heute werden wir unsere Ketten abstreifen. Das ist unser erster Tag in Freiheit. Gesprengte Ketten. Okay. Jetzt. Weiter. Nee. Hör auf. Ich dachte, ich kann den Lift nehmen. Wow. Kommandozentrale, ha? Zeig, wo ich bin drin. Hacke jetzt SES Ausfallsicherungen. Notfallabschaltungssystemanfrage. Ist ja ein richtiger Tausendshasser. Notfallabschaltung. Steuerstab auslinken und System zu stoppen. Steuerstab. Die meint heute einen Joystick. Ups. Umschalten auf Notfallaggregate. Projektiere System X-Karate nachsehe. Hä? Die Außenumgebung war nur eine Projektion. So blöd können sie nicht gewesen sein. Oh, der Alpha Zepf. Was wird das sein? Der Alpha Zepf. Kein geringerer. Was jetzt? Sprech mit mir. Huh? Das überlebt der Alpha Zepf. Der ist ja mittendrin da. In der Implosion. Vielleicht gibt es auch noch einen Beta Zepf. Glaube ich kaum. Das haben wir nicht. System X. Ihre Energiequelle war der Alpha Zepf. Oh, wie in Half-Life 2. Wenn deine Visionen stimmen, heißt das, jetzt geht die Welt unter? Nein. Es heißt, dass ich jetzt an den Bastard rankomme. Dass ich ihn töten kann. Oh. Guter Plan. Das hier habe ich aus Self-Datenbanken. Wir haben wohl ihr größtes Geheimnis gelüftet. Wow. Ist ja ganz extatisch. Der Alpha Zepf. Der ist viel mächtiger, als ich dachte. Aber als ich in seiner Nähe war, sah ich Dinge, die er mir lieber nicht gezeigt hätte. Wenn sie in meinen Kopf können, kann ich vielleicht in ihren und ihre Schwäche finden. Psycho, gibt es hier irgendwo eine Anzugmulde? In dem Labor, in dem Cell mich festgehalten hat. Wir treffen uns dort in 30 Minuten. Skinning Lab. Klingt ein wenig besser als Anzugmulde. Muss man schon sagen. Waffen entsichern. Die Lancy Street. Chinatown. Ah. Endlich. Endlich in Chinatown. Blubb. Blubb. Ist da was? Quack. Hab nicht wohl gehelf. Uuuh. Ist er jetzt erst offen, oder? Verdammt, wo ist der hin? Was genau war die Todesursache? Mensch, das müssen sie doch hören. Hier ist auch alles klar. Nein, keine Spur von Profit. Bitte komm. Blacktail Actual, hier ist Blacktail 9. Alles okay bei der Lancy 4 Alpha. Rücken vor zu nächsten Quadraten. Schwarz-Schwanz 9. Negativ Blacktail 9. Nächster Redstar Rising aus. Ist das alte? Cooler Name. Wir haben die Folien-Deben abgezogen. Redstar Rising, bitte sagen Sie das nochmal. Over. Verstanden. Redstar Rising ausgelöst. Oh nein. Scheiße, 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 was ist los mit dem? Redstar Rising? Was denken die sich? Ich weiß nicht. Scheiße, Profit. Was schwindet mir? Hey. Hm? Wovon reden die? Was ist mit Stever? Vergiss ihn, der kommt schon ab. Ich hab keinen blassen Schirm, aber worum es geht. Redstar Rising gehört Cycle? Nein, noch nie. Cell kneift nicht so schnell. Finde raus, was du kannst. Wir sehen uns am Treffpunkt. Ja. Machen wir. Scheiße. Rasch und Claire sind offline. Du musst alleine zurechtkommen, während ich rausfinde, was los ist. Wie immer. Ja. Cool.